Heute sind wir bei der Top-Adresse für Damenmode und Damenschuhe. Blaumeiser Dew. Top aktuelle Modetrends, eine riesige Auswahl an Geschenkideen. Hier finden sie garantiert alles, was das Herz ihrer Frau, ihrer Freundin oder ihrer Lebensgefährtin höher schlagen lässt. Modeberaterin Irene Thome berät sie gerne bei der Suche nach dem passenden Geschenk. Für unser heutiges Adventstürchen zeigt sie uns ihren persönlichen Geschenktipp. Als Tipp würde ich gerne diesen Gürtel zeigen. Er ist von Bonavista. Ist echtes hochwertiges Leder. Sehr schön. Das Tolle an der Sache ist, die Schnallen, die kann man individuell immer wieder austauschen. Wenn ich jetzt eine Jeanshose habe, würde ich vielleicht so eine Schnalle nehmen. Wenn ich etwas schicker gehen möchte, dann würde ich vielleicht so etwas mit Steinchen nehmen. Oder einfach ganz neutral so eine silberne Gürtelschnalle. Und das ist halt toll. Den Gürtel gibt es in vielen Farben. Dunkelblau, schwarz, grau, Kognak. Und das kann man immer wieder austauschen. Dazu die passenden Schnallen nehmen. Super Auswahl, super Beratung, super Service. Auf Wunsch wird, natürlich weihnachtlich verpackt, auch alles zu Ihnen nach Hause geliefert. Blaumeiser Dew. Die Adresse für anspruchsvolle Geschenkideen. Und wenn Sie vorbeischauen, den Gewinnbuchstaben nicht vergessen. Und morgen öffnen wir dann das nächste Türchen.